Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ethischen Heckentool. Ich habe das lange nicht mehr gesagt, aber ja, wir wollen uns heute ein neues Tool angucken. Und lasst mich ganz kurz ausholen. Ihr könnt zu ungefähr einer Minute springen. Dort fängt dann das eigentliche Video an, warum ich das jetzt doch mache. Und zwar, der Grund ist folgender. Bisher habe ich das immer so, also ich habe am Anfang die Tools vorgestellt und das kam auch ganz gut an, aber mir ist eigentlich klar geworden, dass viele diese Tools verwenden, ohne irgendwie einen Kontext zu haben. Und diesen Kontext, den braucht ihr im Normalfall. Ihr könnt nicht irgendwie Hashcatch verwenden, wenn ihr nicht wisst, was ein Hash ist oder wenn ihr nicht wisst, wie Datenbanken funktionieren oder wie Passwörter gespeichert werden. Deswegen gibt es da eine komplette Playlist dazu. Ihr könnt auch SQL Map nicht verwenden, ohne dass ihr jetzt einen Kontext habt, was eigentlich eine SQL Injection ist oder, ja gut, ihr könnt schon, aber es bringt euch relativ wenig. Deswegen gibt es da ganze Playlisten dazu, okay? Damit ihr nicht zu einem dieser furchtbaren Skript-Kiddies mutiert, die einfach nur die Tools verwenden und dann war es das auch. Aber, ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das hier hochzuladen, das ist eigentlich eher für fortgeschrittene Leute gedacht, denn wir haben hier eigentlich einen Port-Scanner, ähnlich wie Nmap, nur deutlich geiler und der ganze Kram nennt sich Rust-Scan. Und Rust-Scan, naja, ihr müsst erstmal wissen, was ein Port-Scanner überhaupt tut und wann ihr sowas einsetzt, bevor ihr jetzt dieses Tool hier sinnvoll einsetzen könnt. Aber ich habe mich entschieden, das trotzdem mal vorzustellen, immer mal wieder so als Specialist. Ich glaube, ihr seid mittlerweile mit anderen Playlists von mir ganz gut ausgestattet, so dass ihr das Tool hier auch sinnvoll verwenden könnt. Okay, lasst mich anfangen. Und zwar Rust-Scan, wie gesagt, ein besserer Port-Scanner als Nmap quasi. Also, er setzt Nmap nicht, sondern baut auf Nmap drauf auf. Ist in Rust geschrieben, deswegen heißt er Rust-Scan und ist in den Paketquellen drin. Also, wie gesagt, das Video hier richtet sich jetzt nicht mehr unbedingt an Anfänger, auch wenn es in dieser Playlist drin ist, weil ich keine passende Playlist sonst dazu habe. Weil, ja, wie gesagt, ihr braucht Kontext. Ihr müsst wissen, was ein Port-Scan eigentlich ist, deswegen schaut euch bitte meine anderen Playlisten an. Vor allem die IT-Sicherheits-Playlist ist wichtig hier. Okay, also das heißt, was ihr hier braucht, ist einfach nur dieses Yay-S Rust-Scan, beziehungsweise, wenn ihr Rust so installiert, über Cargo installieren oder auch über Kali könnt ihr natürlich dann das Ganze so installieren. So, wenn ihr das installiert habt, ich zeige euch das ganz kurz, wie es unter Arch aussieht, weil ihr wisst, ich muss Arch und so. Einfach Yay-S Rust-Scan und schon läuft das Ding durch. Aber gut, ich habe es natürlich schon und deswegen würde ich das jetzt hier ungern neu installieren. Einfach mal fertig installieren. So, und ja, im Endeffekt steht ja auch schon tatsächlich, warum man dieses wundervolle Tool verwenden sollte. Wir haben hier tatsächlich einen Port-Scanner, der unfassbar schnell ist. Okay, unten war noch irgendwo ein Vergleich. Und ihr seht, der ist tatsächlich nicht alleine useful, also man kann ihn nicht alleine benutzen, sondern man nutzt einfach Nmap dazu noch. Das heißt, er benutzt Nmap, um die Ergebnisse reinzupipen in Nmap und Nmap sagt euch dann, was da quasi bei rauskommen sollte. Okay, das bedeutet natürlich, auch wenn ihr Nmap nicht installiert habt, was eigentlich jeder Pentester sowieso haben sollte. Und wer nicht, schaut euch mein Video dazu an. Aber falls ihr Nmap nicht installiert haben solltet, dann bitte ich euch, Nmap vorher zu installieren. Und ja, hier steht eigentlich auch schon die Usage drin. Und ich habe jetzt hier mein kleines System aufgesetzt. Wie gesagt, Port-Scan ist schon illegal, wenn man das an Systemen macht, die nicht eure eigenen sind. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist eine virtuelle Maschine aufgemacht. Die findet ihr hier. Sieht so aus. Ist eine virtuelle Maschine. Wir haben da sogar schon mal ein CTF dazu gemacht. Und ich habe da mal einfach gescannt, welche IP-Adresse diese virtuelle Maschine eigentlich in meinem Netzwerk hat. Und habe dabei herausgefunden, dass mein Router sich zwei IP-Adressen schnappt, der neueste Router. Was ich ein bisschen frech von ihm finde, aber okay. Diese 192.168.0.192 ist unsere Webseite. Das heißt, wir können jetzt den Rust-Scanner, Rust-Scannen. Und ja, das hat irgendwie auch nichts mit Verroste zu tun. 192.168.0.192 ist unsere IP-Adresse, die wir scannen wollen. Also quasi den Web-Server zum Beispiel oder die Local-Webseite, die wir scannen können. Ihr könnt natürlich auch den Local-Host scannen, ganz klar. So, und was wir jetzt noch brauchen, ist hier vorne ein Minus-T für den Timeout. Und den setzen wir mal auf 1500 Millisekunden. Das bedeutet im Endeffekt, nach 1500 Millisekunden wird angenommen, dass der Port geschlossen ist. Und was wir jetzt noch tun können, aber nicht müssen, ist hier eine Batch-Size anzugeben. Zum Beispiel eben 500 können wir hier angeben. Dann bekommen wir hier eben Batches von 500 Stück. Der Default ist übrigens 4500. Das heißt, ihr könnt da schon relativ hoch gehen. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf 5000. Und probieren mal, ob das so durchläuft. Das habe ich tatsächlich so noch nicht probiert. Und ja, dann können wir das einfach so starten. Und dann wird im Endeffekt hier ein Rust-Scan gestartet. Ich mache das hier jetzt mal ein bisschen größer für euch. So, und ihr seht, wie schnell das Ding eigentlich ist. Im Endeffekt ist das deutlich schneller als Nmap, aber wir verstehen hier noch relativ wenig von dem Output. Aber das werden wir gleich sehen. So, und ja, wir haben jetzt hier schon super viel. Wir sehen einmal hier, das Ding hat einen offenen Port 21, also einen Pro-FTPD-Server. Wir haben hier einmal auf Port 80 was offen. Das heißt, da läuft eine Webseite drauf. Und wir sehen hier sogar tatsächlich die Robots, vier Disallowed Entries. Das heißt, Sachen, die man nicht finden soll. Das ist quasi auch schon so eine Art Vulnerability-Anfangsscanner sozusagen. Ich meine, hier findet eine Datei, die nennt sich Passwords.html. Gut, die steht in den Robots drin, aber trotzdem ist es, wie gesagt, eine Hacking-Challenge, die wir auch schon gelöst haben. Aber das tut, soweit ich weiß, Nmap nicht unbedingt. Dann haben wir hier einen Server-Header bekommen. Wir haben den Title bekommen. Zeit doesn't have a title. Also in dem Fall haben wir eben keinen bekommen. Wir haben den Host-Kill bekommen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich schon ziemlich geil. Und wir sehen hier unten an dieser Information, dass hier tatsächlich Nmap verwendet wurde im Hintergrund. Das heißt, es wurde tatsächlich Nmap verwendet, aber eben viel, viel effizienter. Und wir können hier wahrscheinlich sogar noch höher gehen als diese 5.000. Probieren wir es doch einfach mal mit 10.000. So, wir können tatsächlich hier auch hochgehen bis zu 65.535. Das heißt, jeder Port wird gleichzeitig auf einmal gescannt. Und das ist ziemlich krass. Das heißt, bedenkt bitte, wenn ihr Rust-Scan benutzt, das Ding ist alles andere als subtil. Das ist einfach so aggressiv, wie man nur sein kann. Aber es ist dadurch natürlich schneller. Und ich meine, wenn ihr eine virtuelle Maschine irgendwie scannen wollt oder vielleicht eure Anwendung irgendwie auf Low-Close scannen wollt, dann ist das natürlich ein super geiles Teil. Okay, ich hoffe, ich konnte euer Arsenal ein bisschen erweitern. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn ihr mir sagt, euch gefällt das. Ansonsten lasse ich das natürlich in Zukunft sein. Das heißt, gebt mir gerne Feedback und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.